Herzlich Willkommen hier beim Wheel of MMA Podcast. Heute gibt es mal keine News, sondern eine Meinung. Kurz noch was zu mir. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von meinem YouTube-Channel Kampfgeist MMA oder von diversen Events. Ich habe auch schon einige Kampfsport-Events kommentiert, sei es nun die UFC oder auch zum Beispiel One Championship. Und selber betreibe ich auch den einen oder anderen MMA-Podcast auch gemeinsam mit meinem guten Freund Matthias Botthof. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum Thema. Wir wissen, bei der vergangenen UFC Fight Night hat Jose Aldo sehr, sehr stark gegen Marlon Chitovera gewonnen. Ist damit wieder zurück bei den Siegen und er hat auch nicht schlecht gewonnen. Er hat wirklich gut gewonnen. Er hat zu seiner alten Stärke so ein bisschen zurückgefunden. Wieder mehr Legkicks, wieder Bodyshots. Genau das, was wir eigentlich vermisst haben. Auch gegen Piotr Jan haben wir das vermisst und gegen die anderen Gegner ebenfalls. Nun hat Aldo also wieder gewonnen. Das Bandham-Gewicht kann man nicht oft genug sagen. Tut Jose Aldo wirklich sehr gut. Und nun hat er einen Kampf gegen TJ Dillashaw gefordert. TJ Dillashaw, der darf im Januar wieder kämpfen. Ist ab Januar wieder da. Und Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, dass wir vor zwei Jahren dann Dillashaw gegen Cejudo gesehen haben. Und Dillashaw zwei Jahre lang gesperrt worden ist. Ja, wurde für EPO gesperrt. Eine Doping-Substanz, die man sich nur spritzen kann. Das heißt, da ist nichts aus Versehen passiert, sondern TJ Dillashaw hat sich da ganz, ganz bewusst dafür entschieden, dass er seine Leistung steigern möchte. Hat ganz bewusst gesagt, ich möchte dopen. Was man nun davon hält, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Heute geht es aber um Aldo vs. TJ Dillashaw. Wir haben jetzt festgestellt, vergangenen Samstag, Jose Aldo ist weiterhin ein Top-Fighter, gehört in die Top 5 des Bantam-Weights. Und auch wenn das sein erster Sieg im Bantam-Weight ist, so dürfen wir seine Leistung nicht vergessen. Der Kampf gegen Pyotr Jan war anfangs nicht übel, aber je länger der Kampf ging, desto eher hat man gemerkt, Pyotr Jan ist jung und frisch und hat sehr, sehr, sehr viel Luft. Aldo eben nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist Aldo ein großer Name. Und TJ Dillashaw bekommt keinen Titelfight. Wir sehen Pyotr Jan gegen Elgermaine Sterling, wir hätten den Kampf eigentlich schon sehen sollen, aber Pyotr Jan hat aus privaten, familiären Gründen diesen Kampf abgesagt. Und TJ Dillashaw möchte dennoch natürlich einen großen Namen als Gegner. Jose Aldo ist dieser große Name und Jose Aldo will auch diesen Kampf. Jose Aldo gegen TJ Dillashaw könnte locker in meinen Augen das Main Event von einer UFC Fight Night sein. Es kommt darauf an, welchen Stellenwert die UFC einem TJ Dillashaw noch gibt. Zwei Jahre nach seinem positiven Doping-Vorfall, zwei Jahre nachdem er gesperrt worden war, ist die Frage, wie viel die UFC noch auf Dillashaw legt. Ob die UFC jetzt denkt, hey, der hat immer noch Fans oder ob die UFC sagt, hey, der hat zu viel Mist gebaut, wir wollen nicht mehr auf ihn setzen. Das Problem ist aber, Jose Aldo ging eben erst starke drei Runden, hat eben erst einen harten Fight hinter sich und Dillashaw, der ist nächsten Monat wieder da. Dillashaw darf ab Januar wieder kämpfen und will auch ab Januar wieder kämpfen. Warum sollte die UFC jetzt also noch zwei, drei, vier Monate warten, damit Jose Aldo ready ist für diesen Kampf, anstatt dass sie TJ Dillashaw direkt jetzt im Januar vielleicht schon einsetzen, vielleicht auch groß als Comeback, vielleicht sogar ein Main Event einer Fight Night, wer weiß, und dann in vier, fünf Monaten Jose Aldo gegen Dillashaw buchen. Die Frage ist dann natürlich, wie verläuft der Kampf von Dillashaw? Denn auch hier kann es sein, dass er, wenn er im Main Event steht, harte fünf Runden geht und vielleicht lange ausfällt. Das heißt, die UFC steht wahrscheinlich nur im Zwiespalt. Lässt man Dillashaw auf Aldo warten oder sagt man sich, hey, Dillashaw wird kämpfen, Aldo hat eben erst gekämpft und dann treffen die sich in drei, vier Monaten. Problem ist, was, wenn dann Dillashaw zum Beispiel verliert? Das ist auch eine Möglichkeit, auch eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, gegen wen soll TJ Dillashaw kämpfen? Garbrandt ist verletzt, ich denke aber auch nicht, dass Garbrandt einen Titelkampf im Flyweight bekommt, weil Brent Moreno nun mal sein Rematch sich verdient hat. Ein Majority Draw und ein wahnsinnig guter Fight, da muss es ein Rematch geben. Warum bucht man jetzt nicht, wenn Cody Garbrandt bald fit ist? Cody Garbrandt gegen TJ Dillashaw drei. Das wäre erst recht das Main Event einer Fight Night, wenn nicht sogar Co-Main Event von einem UFC-Pay-Per-View. Ich denke, prinzipiell ist die UFC daran interessiert. Diese Konstellation ist auch sehr, sehr spannend. Aldo gegen Dillashaw, zwei wahnsinnig gute Kämpfer und natürlich steht das große Fragezeichen, wie gut ist TJ Dillashaw immer noch oben im Raum? Aber man wird es, denke ich, nicht buchen, weil es an der Zeit scheitert. An dem Zeitraum, Aldo hat erst gekämpft, Dillashaw will man nicht warten lassen, warum auch? Und deshalb denke ich, werden wir nicht den Fight sehen, aber hoffentlich in Zukunft, hoffentlich gewinnt Dillashaw sein Comeback. Vielleicht macht Aldo noch einen Kampf, je nachdem, wie lange Dillashaw ausfällt oder was für Pläne man mit Dillashaw hat. Denn wir wissen ja gar nicht, welche Pläne hat die UFC mit TJ Dillashaw. Wollen sie ihn wieder als Champion sehen? Wollen sie ihn wieder an die Spitze bringen? Denn die UFC war begeistert von TJ Dillashaw. Sie wollte ihn als Champ-Champ haben. Deshalb gab es ja den Fight zwischen TJ Dillashaw und Henry C. Hutu. Sie wollten ja, dass TJ Dillashaw Double Champion wird. Problem ist nur, er hat es sich verbaut. Und deshalb bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Folgt WeLoveMMA gerne bei Instagram, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder ein Follow bei Spotify. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.